Mal ehrlich, die Politik braucht Menschen, die für soziale Gerechtigkeit, für die Menschen, die sonst keine Lobby haben, kämpfen, statt für Konzerne. Frank Thelen und Gründer spenden halbe Million Euro an die FDP, Geld aus Bitcoin-Spekulation und Pharma-Welt. Werbox-Gönner, die Parteien haben in diesem Jahr so viele Großspenden erhalten wie noch nie. Spitzenreiter ist die FDP. Wenn auch ihr wollt, dass Politik transparenter wird, dass Bildung gerechter wird, dass das Mittagessen in Schulen endlich kostenlos wird, dass Bus und Bahn auch das letzte Dorf erreichen und das Wohnen wieder bezahlbar ist, dann unterstützt unseren Landtagswahlkampf mit eurer Stelle.